Suchen Sie das Außergewöhnliche, das Einzigartige, dann sind Sie bei der Goldschmiede Breitler Gold richtig. Wir sind seit 22 Jahren in Spielberg tätig. Ich bin 27 Jahre Goldschmiedmeister aus Herz und Seele. Der Beruf begeistert mich. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Was hebt euch von anderen ab, von anderen Unternehmen? Worauf legt ihr besonderen Wert? Uns hebt Folgendes ab. Wir sind spezialisiert auf Reparatur und Anfertigung von Gold- und Silberschmuck. In erster Linie stellen wir handgefertigte Unikat-Schmuckstücke her und dadurch haben wir einen starken Kundenkreis. Schmuckstücke sind eine individuelle Angelegenheit. In der hauseigenen Goldschmiedewerkstatt werden wunderschöne Einzelstücke gefertigt. Jedes Schmuckstück soll auch mit der Persönlichkeit des Trägers oder der Trägerin harmonieren. Deshalb steht auch individuelle Beratung im Fokus. Ab 27. November laden Sie zur Präsentation aus Holz-Wirtstein. Ja, das ist ein ganz besonderes Thema. Wir haben jedes Jahr ein Schwerpunktthema. Heuer ist es aus Holz-Wirtstein. Das ist zum Verstehen. Wir fertigen Schmuck kombiniert mit Holz oder mit versteinertem Holz an. Versteinertes Holz, das über Millionen von Jahren in der Erde gelegen ist und entstanden ist. Seit fast 30 Jahren, wir haben es kurz erwähnt, sind Sie Goldschmiedemeister. War es für Sie eigentlich immer schon klar, diesen Beruf auszuüben und woher kommen eigentlich die Ideen, die Inspirationen? Goldschmied war mein Traum und ich muss es sagen, ich habe das bis heute nicht bereut. Ich bin wirklich mit Begeisterung Goldschmied. Meine Ideen beziehe ich sehr viel aus der Natur. Ich bin sehr viel in der Natur unterwegs, auf Bergen und in Wäldern und das ist Inspiration für mich. Weihnachten steht vor der Tür. Gibt es Trends auch hier in Ihrer Branche? Der Trend ist wieder zum klassischen Gelb-Goldschmuck. Wir verkaufen vermehrt Goldschmuck, speziell Ringe, die wieder in Handarbeit hergestellt werden. Kunden können zu uns ins Geschäft kommen, sie können mit eigenen Ideen kommen und sie können vor allem altes Gold oder Goldschmuck mitbringen. Und wir fertigen daraus speziell für den Kunden neue Schmuckstücke an. Eine zweite Sache ist noch, wir fertigen Eheringe in reiner Handarbeit an. Kunden können auch da ihre Ideen einbringen. Und nicht vergessen, Weihnachten steht vor der Tür. Goldschmiede Breitler, Ihr Juwelier in Spielberg.